Viel zu lange war die Menschheit in der Defensive und hat nur auf Gefahren reagiert, anstatt sie aktiv zu verhindern. Der Rest der Galaxie war größer, war stärker als wir. Wir waren wie Mäuse, die sich in Schatten verkrochen und hofften nicht von den Riesen entdeckt zu werden. Das ist vorbei. Die Menschheit wird sich nicht mehr verstecken. Jetzt sind wir die Riesen. Der Rest der Galaxie Willkommen an Bord der UNSC Infinity. Ich bin Spartans Sarah Palmer, ihr Commander. Spartans haben sich ein hohes Maß an Eigenverantwortung über ihre Waffen, Fähigkeiten und Panzerungen verdient. Nutzen Sie das Anpassungsmenü, um Informationen über Ihre Spartankarriere zu erhalten. Über Ausrüstungen können Sie festlegen, wie Sie in die Schlacht ziehen wollen. Weitere Anpassungsoptionen müssen Sie sich erst verdienen. Erreichen Sie höhere Ränge, um sich neue Spielzeuge zu verdienen. Sie sind ein Spartan. Sie gehören zu den Besten, die es je gab und je geben wird. Also gehen Sie da raus und zeigen Sie dem Rest der Galaxie, was das heißt. Untertitelung Coca-Cola